Mein RTL. Wir garantieren Ihnen günstigere Preise, liebe Wählerinnen und Wähler. Jetzt bei unserem Minus-10%-Tag. Am Montag, dem 18. September. Am Montag Minus-10%-Tag bei Baumax. Großer Wert und kleiner Preis. Eigentlich telefoniere ich meistens mit meinem Handy. Aber es gibt Tage, an denen es besser geht. Genauso günstig telefonieren wie Videofonieren, SMS, MMS oder Internet. Jetzt anmelden und 18 Monate den halben Preis zahlen. Details www.3at Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie hier den ganzen Verkehr aufhalten? Ja, aber die Fru-Fru-Fruchtschicht, die darf sich nicht vermischen. Fru-Fru-Fruchtschicht. Nur wer die cremig gerührte Sauermilch und die köstliche Fruchtschicht erst beim Genießen vermischt, hat den wahren Fru-Fru-Genuss entdeckt. Hallo, Herr Marx. So unbeschwert auf Reisen? Oh, Sie haben ja noch immer die Telekom Austria Grundgebühr. Wozu? Zum Stöckchenwerfen? Also, Herr Marx, sparen Sie sich doch die Telekom Austria Grundgebühr. Mit Komplit von Tele2 UTA. Einfach billiges Breitband-Internet und Festnetz um nur 27,90 Euro. Sparen Sie bis zu 17,98 Euro, Monat für Monat. Jetzt gratis. Installation plus ein Monat surfen. Und dazu gibt's sorglos. Telefonieren so viel wie noch nie zum Fixpreis von nur 9,90 Euro. Jetzt gratis anrufen und anmelden. Tele2 UTA. Warum mehr bezahlen? Mentadent schmeckt so frisch, dass Sie am liebsten weiterputzen möchten. Probieren Sie die neue Mentadent Karieschutz mit natürlichen Kräutern. Karieschutz von Mentadent. Mission ein besseres Lächeln. Wir sind die Qualitäts-Scouts. Na, Micha, was machen wir heute? Heute schauen wir uns an, wo das Fleisch von McDonalds kommt. Und zwar bei Karl Sommer Rinderbauer bei Litzendorf in Niederösterreich. McDonalds wird zu 100% von österreichischen Rinderbauern beliefert, weil McDonalds einfach auf österreichische Qualität setzt. Und was fressen die Tiere? Die Kühe fressen mal wie es. 100% Rindfleisch aus Österreich ohne Zusatzstoffe. Kein Wunder, dass die mit dem Armerkütersiedel ausgezeichnet sind. Und im Restaurant werden sie sowieso nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ich liebe es. Was im Test funktioniert, klappt auch bei Ihnen zu Hause. Witterungsschmutz auf den Gartenmöbeln? Einfach aufsprühen, abwischen und der Schmutz ist weg. Verkalkter Duschkopf. Silibbang löst selbst diese Verkrustungen. Seifenreste, Kalk, hartnäckiger Schmutz, Rost. Silibbang bekämpft alltäglichen Schmutz. Silibbang Kalk und Rostreiniger und der Schmutz ist weg. Und für Fettverschmutzungen? Der Silibbang Multifettreiniger. Einfach sprühen und das Fett strömt nur so heraus. Der Silibbang Multifettreiniger und der Schmutz ist weg. Da würde jeder gerne mitfahren. Der neue Renault Scenic. Mehr Raum zum glücklich sein. Renault, Kreator und Automobil. Tigern Sie zum Löwen. Es zahlt sich aus. 5 Cent in alle Netze. 5 Euro Grundgebühr. Keine Freischaltkosten. Ohne Wenn und Aber. Edge von Telering ist da. Und damit telefonieren Sie um nur 5 Cent. Österreichweit in alle Netze. Und das superflache Motorroller V3 gibt's um nur 5 Euro. Ihr Robert Hartlauer. Hartlauer, die Nummer 1 bei Handys. Tigern Sie zum Löwen. Ein Held wird sich erreden. Ich werde die Menge für mich gewinnen. Ich werde Ihnen etwas geben, was Sie noch nie gesehen haben. Sie verlangen nach dir. Der Tribun, der ein Sklave wurde. Der Sklave, der Gladiator wurde. Der Gladiator, der sich gegen den Kaiser auflebte. Russell Crowe. In der Ewigkeit wird man sich eurer Taten erinnern. In Ridley Scotts Meisterwerk. Gladiator. Morgen 20.15 Uhr. Ausgezeichnet mit dem TV Movie Star von Europas härtester Filmredaktion. Montag. Sie hat ihre große Liebe verloren. Ihr Herz weint. Ich vermisse dich so. Ihre Seele schreit. Sie glauben, sie wissen wie ich mich fühle. Aber gerade jetzt. Entweder du zahlst oder... ...muss sie sich behaupten. Du wirst uns jetzt nicht im Stich lassen. Ein Machtkampf beginnt. Die muss sich weg wie nichts. Hinter Gitter. Die neuen Folgen. Montag. 21.15 Uhr. Dienstag. Bei Dr. Haus. Ein demütiger Patient. Wo ist die gute Domina, wenn man sie braucht? Braucht eine starke Hand. Du warst böse. Du wirst die Operation machen lassen, ist das klar? Gehen raus! Dr. Haus. Die neuen Folgen. Dienstag. 21.15 Uhr. Mein RTL. Ob blond, braun oder rot. Koloriertes Haar kann schnell verblassen. Geben Sie Ihrem Haar Farbglanz zurück. Mit der Nummer 1 für koloriertes Haar. Elvital Color Glanz. Pflegt und schützt jede Haarfarbe. Für strahlendes Blond, leuchtendes Rot und intensives Braun. Mit bis zu 70% mehr Leuchtkraft. Österreichs Nummer 1. Elvital Color Glanz von L'Oreal. Sie sind es sich wert. Und für starken Halt und extra lange Farbfrische. Color Glanz Schaumfestiger. Hey, die verstellen mir die Sicht auf den Fernseher. Man könnte meinen, da gibt's was gratis. Gibt's auch. Und das nicht nur heute. Fernsehen, Internet und Telefon ist bei UPC jetzt bis Jahresende gratis. Na super. Und die stehen bis Jahresende darum? TV, Cello, Telefon. Jedes neu angemeldete Produkt bis Jahresende gratis. Jetzt nur bei UPC. Rufen Sie 0800 700 767. Gratis? Ja. Und das gilt auch für alle Privatprodukte von iNote. Ich könnte mit Julia ins Kino. Oder vielleicht ein Date mit Stefan? Fühl dich frisch und frei, wofür du dich auch entscheidest. Carefree Flexiform für einen Slip oder Tanga. Carefree Flexiform passt sich deinem Leben an. Flexiform gibt es wie viele andere Carefree Produkte auch mit leichtem Frischeduft. Anna, hier ist Stefan. Gola, hier ist Stefan. Gola. Gola. Guten Tag, ich bin Stefan Posch. Das war ich früher. Da war ich noch bei T-Mobile. Ach, Menno. Jetzt bin ich bei One. Magst du sagen, was ich früher Paketpreis zahlt habe, oder soll ich? 40 Euro. Bei One zahle ich nur 19 und telefoniere in vier Netze um 0 Cent. T-Mobile war nicht so ein Bringer, wa? Her mit 4 zu 0. Der Tarif, mit dem Sie in vier Netze um 0 Cent telefonieren. Wer One hat, hat's gut. Alt genug für ein eigenes Konzo? Spork 7 macht unabhängig. Sprich mit Mama und Papa. Sprich mit Bob um 7 Cent in alle Netze. Sprich immer ohne Mindestumsatz und ohne Grundgebühr. Ihre Abwehrkräfte werden jeden Tag auf eine harte Probe gestellt. Wenig Schlaf, schlechtes Wetter oder Stress. Greifen Sie deswegen jeden Morgen zu Aktimell. Mit LKCI Immunitas Kulturen stärkt Aktimell gegen tägliche Belastungen. Und starke Abwehrkräfte können nie schaden. Für jeden Tag gewappnet. Aktimell stärkt Ihre Abwehrkräfte. Der unglaubliche Protest des Specks hier in der Wiener Maria-Hilfer-Straße gegen den neuen Tarif von Telering. Edspeck, 5 Euro Grundgebühr, 5 Cent in alle Netze, steht kurz vor dem Ende. Bei uns der Einsatzleiter. Die offizielle Begründung für die Auflösung ist grober Umfug. Kein Mensch versteht, wie man gegen so einen Tarif demonstrieren kann. Weg mit dem Speck! Tja, Telering bleibt hart. Der Tarif bleibt. Wir bleiben dran. Trifft sich gut! Pose oder Rock je 14,90 Euro. Kortwoche. Jetzt bei C&A. Warum spioniert Jenny ihre Nachbarin aus? Weil Anna die neue Tassimo hat. Mit Tassimo kann sie eine Vielzahl an köstlichen Eisgetränken zubereiten. Cappuccino mit feinem Milchschaum, heißen Kakao, Espresso und Tee und Kaffee-Crema. Jenny ist entsetzt. Kaum hat Anna Tassimo, kriegt sie schon jeden Handwerker. So ein Biest, diese Anna. Perfekter Genuss. Tassimo. Jetzt gibt es eine neue Art zu glänzen. Mit Eisschein von Pantene Provi. Shampoo, Pflegespülung und Intensivkuren. Die Provi-Formel verleiht ihrem Haar Glanz. Schimmernd wie Eis. Für doppelten Glanz. Die neue Eisschein-Pflegeserie. Und jetzt auch neu. Eisschein-Styling für noch mehr Glanz und perfekten Halt. Nur von Pantene Provi. Shampoo, warum sind wir nicht an einem zivilisierten Ort gestrandet? Fünf-Sterne-Hotel mit Solarium. Wir haben die Sonne. Fitnessraum, Pool. Wir haben das Meer. Eine Cocktailbar, Shampoo. Wir haben Nesti. Der erfrischende Geschmack von Tee und besten Früchten. Mit natürlichen Antioxidantien zum Schutz der Körperzellen. Ah, Shampoo. Mama Mia. Natürlich Nesti. Was willst du mehr? Eigentlich telefoniere ich meistens beim Handy. Aber es gibt Tage, an denen es besser ist. E-Mail. Genauso günstig telefonieren, wie Videofonieren, SMS, MMS oder Internet. Jetzt anmelden und 18 Monate den halben Preis zahlen. Details www.3at. Guten Abend noch einmal zu den Spätnachrichten bei RTL. Das Wichtigste vom Tage fasst Katrin Schwiering zusammen. Papst lenkt ein. Papst lenkt ein. Angesichts der heftigen Reaktion in der islamischen Welt auf Äußerungen von Papst Benedikt am vergangenen Dienstag, hat sich die Spitze der katholischen Kirche heute um Entspannung bemüht. In einer vom Vatikan herausgegebenen Erklärungsschrift bedauert der Papst zutiefst, dass einige Stellen seiner Rede beleidigend für die Gefühle der muslimischen Gläubigen geklungen haben könnten. Radikalen Moslems hingegen reicht das nicht. Sie fordern vom Papst eine persönliche Entschuldigung. Horrorcrash im Tunnel. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Schweiz sind heute sechs Menschen ums Leben gekommen. Im Schweizer Viamala-Tunnel südlich von Chur war der Fahrer eines Pkws offenbar einem Gegenstand ausgewichen und frontal in einen Reisebus gecrasht, mit dem eine Eishockey-Mannschaft auf dem Weg zu einem Freundschaftsspiel war. Zwei der 23 Spieler galten am frühen Abend noch immer als vermisst. Ohr zapft es. Um Punkt zwölf hat Münchens Oberbürgermeister Christian Ude heute die 173. Wiesn eröffnet. Bis zum 3. Oktober werden beim größten Volksfest der Welt über sechs Millionen Besucher erwartet. Allein heute kamen bereits eine halbe Million Menschen. Das Wetter teilt starke Regenfälle gibt es morgen im Süden. Der Altweibersommer geht aber im Norden und Osten weiter. Die Temperaturen 18 bis 27 Grad. Soweit die Meldungen. Ihnen noch eine gute Nacht. Die Supernanny mit neun Folgen. Nichts ist quälender als ein Sohn, der nur noch um sich schlägt. Ich muss mich schämen, dass ich eure Mutter bin. Nichts ist schmerzhafter als eine Tochter, die nur noch hasst. Ich bring die Hura nach oben rum. Ich rufe das Jugendamt an und weg bist du. Doch nichts ist schöner als eine Familie, die zusammenhält. Mir geht es darum, dass ihr euch gegenseitig wieder zuhören könnt. Im Namen der Familie. Die Supernanny mit neun Folgen. Mittwoch 20.15 Uhr. Mittwoch ist Tine wieder im Großeinsatz. Bitte helft uns. Die Wohnherzpertin macht kurzen Prozess. Was ist mit dem Schrank? Und lässt ganze Häuser in neuem Glanz erstrahlen. Seid ihr bereit? Ja. Wir fehlen die Worte. Einsatz in vier Wänden spezial. Die neuen Folgen. Mittwoch 21.15 Uhr. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Worterbuch. Typisch Frau, typisch Mann. Zwei neue Live-Shows. Nächsten Samstag und Sonntag. 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017